Grüße, Gemüse und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal der Shisha-Wallers. Fog Your Life hat die neuen Sorten veröffentlicht, insgesamt drei Stück und wir kümmern uns heute um den Cola, Original Cola. Genau, Cola-Tabak hat man in letzter Zeit häufiger getestet, ihr habt es euch auch immer wieder gewünscht und auch der Fog Your Life Cola war einer, der sich auf jeden Fall gewünscht wurde. Wir sind ja immer noch auf der Suche nach einer Ablöse für den Tumbaki, haben wir bis jetzt noch nicht gefunden. Der soll sehr stark sein, laut den ganzen Meinungen, die man so im Netz hört und liest. Deshalb sind wir da auch so mit einer gewissen Erwartungshaltung jetzt am Start. Möchtest du uns mal kurz erklären, wie das ganze Konstrukt hier funktioniert? Ja, sehr gerne. Also man hat einmal den Roh-Tabak an sich, das kommt genau in dieser Dose, wo sich 70 Gramm Roh-Tabak enthalten sind. Und dann hat man einmal die Molasse mit 130 Gramm, die man dann einfach hinzugibt, dann lauter gehen, fünf Minuten warten und dann ist das ganze Rauch fertig. Ich selber habe das auch so probiert, aber ich habe deutlich bessere Ergebnisse nach mehreren Tagen erst erreicht. Wichtig dazu zu sagen, einfach uns ins Verhältnis zu setzen, den haben wir jetzt etwa 24 Stunden ziehen lassen. Genau. Preislich setzt sich das Ganze natürlich auch aus zwei Komponenten zusammen. Wir haben ja einmal den Tabak, 70 Gramm für 9,90 Euro und die Molasse, das sind 130 Milliliter, also 130 Gramm Flüssigkeit für 6,90 Euro, macht insgesamt 16,90 Euro auf 200 Gramm und ist damit eigentlich ein anständiger Preis. Wie das Dosendesign, der Schnitt und der Kompfu-Aussehen zeigen wir euch jetzt. Das Dosendesign ist relativ unspektakulär. Wir haben ja einmal Base, also Grundtabak, Roh-Tabak, der schon drin ist und die Marke Hokka-In. Der Schnitt ist relativ fein. Wir haben einen gewissen Astanteil mit drin, die aber auf eine annehmbare Größe zurechtgeschnitten sind. Einziger Punkt, der uns beide stört, ist der Molasse-Anteil. Wir haben die Molasse gestern hinzugegeben, das heißt, es sind ungefähr 24 Stunden vergangen und ja, ich schwimme trotzdem noch alles. Für uns persönlich ist das einfach viel zu viel Molasse. Über die Zeit wird es noch ein bisschen besser, aber viel mehr wird sich das jetzt auch nicht legen. Als nächstes kommen wir zur Bewertung und da würden wir dem Schnitt und der Feuchtigkeit 3 von 5 Punkten geben. Gebaut wird heute im Hokka-In-Lit-Lip Dope-Wet. Dann nochmal kurz zum Kopfbau. Das war relativ einfach. Durch den hohen Molasse-Anteil im Tabak selber ließ sich das auch gut in Form bringen. Da der Lit-Lip ja eine relativ kleine Depotgröße hat, ging das trotzdem sehr easy und wir hatten keine Probleme beim Kopfbau. Da sind wir auch schon wieder. Alfons, was ist da drin? Im Tabak. Es verrät der Name. Der Name ist Original-Cola, wie wir gesagt haben. Daraus lässt sich Ableiten-Cola. Es soll ein Cola-Geschmack sein, der alle anderen bisherigen Cola-Sorten, die auf dem Markt sind, übertrifft, laut Text von Hokka-In selber. Machen wir die Dose also einmal auf und riechen dran. Also geruchlich kommt einem hier auf jeden Fall die volle Ladung Cola in die Nase. Der Geruch ist überwiegend sauer-spritzig. Erinnert mich, und ich glaube, das hat auch Hokka-In auf ihrer Seite geschrieben, an diese Cola-Gummibärchen, an diese kleinen Flaschen. Ja, daran kommt es wirklich sehr nah heran. Es ist überwiegend spritzig, hat natürlich auch eine gewisse Süße mit dabei, aber alles in allem ein sehr, sehr leckerer Geruch, wie ich finde. Im Geruch finde ich, das ist ein sehr süß-säuerlicher Cola-Geruch. Riecht auch so etwas spritzig, hat eine sehr angenehme, leckere Cola-Note und überzeugt mich im Geruch erstmal auf jeden Fall. Ich persönlich würde dem Geruch tatsächlich fünf Punkte geben. Ich habe überlegt, weil wir wollen ja immer nicht zu gute Ergebnisse geben und habe versucht, was zu finden, was mir jetzt nicht gefällt am Geruch, aber habe nichts gefunden. Sehe ich ganz genauso, nichts auszusetzen. Sehr leckerer Cola-Geruch erfüllt genau das, was drin sein soll, deswegen fünf von fünf Punkten. Da sind wir auch schon wieder. Angezogen ist das Ganze und der Helfons wird wie immer einen kräftigen Zug nehmen und wir werfen mal einen Blick auf die Rauchentwicklung. Ja, wunderbare Rauchentwicklung. Ganz klar. Schöne oder extrem dichte weiße Wolke, muss man mal sagen. Also Rauchentwicklung ist wirklich Bombe, kann man uns nämlich färben. Hitzeverträglichkeit ist so eine Sache. Gerade aktuell haben wir keine Probleme. Wir rauchen wieder mit der Babuschka, das heißt aus Edelstahl, Dreikohl direkt drin. Und aktuell lässt es sich wirklich sehr entspannt rauchen. Man merkt aber, dass die Molasse leicht hochkocht. Ja, man hört es auch. Genau, mir ist das in der Vergangenheit mit ein paar anderen Sorten, die ich da habe, schon etwas zum Verhängnis geworden. Also ich hatte öfters mal den Fall, dass zu viel Hitze da war und dass ich eine Kohle tatsächlich runternehmen musste. Kommen wir einmal zur Bewertung. Wir würden dem Rauchverhalten sowie der Hitzeverträglichkeit vier von fünf möglichen Punkten geben. Jawohl. Kommen wir einmal zum Geschmack und der ist etwas schwierig, wie ich finde. Denn es unterscheidet sich mehr, als ich gedacht hätte, zum Geruch. Also man hat eine deutliche Abweichung. Klar ist es immer so, dass ein Tabak nicht eins zu eins nach dem schmeckt, wie es gerochen hat. Okay, damit kann man leben. Aber es geht schon für mich doch noch ein bisschen weiter auseinander. Also ich habe einen sehr säuerlich, leicht in die bittere Richtung gehenden Cola-Geschmack. Die Cola ist auf jeden Fall präsent. Man hat auch eine leichte Kühle, die sich noch mit einbaut. Die ist aber wirklich nur ganz, ganz leicht. Aber dieser süße Cola-Geschmack, wie zum Beispiel bei so Haribo-Dingern, wenn es jetzt ist, der fehlt mir irgendwie komplett. Man hat eine ganz kleine, leichte Süße, die mitschwingt im Tabak, aber die ist mir einfach zu gering. Kurz und knapp jetzt zusammengefasst, ist es für mich eine Cola-Neuheit, eine Cola-Bereicherung. Ich würde jetzt erstmal Nein sagen, weil für mich der Tabaki Coca im Geschmack immer noch besser ist. Dank Geschmacksfazit schließe ich mich tatsächlich im Großen und Ganzen an. Wie du schon gesagt hast, das ist eine leichte kühle Note beim Ziehen. Die Cola-Note kommt durch, ja, aber überwiegend säuerlich. Und auch, wie du schon gesagt hast, irgendwie so etwas leicht Bitteres, Herbes. Es hat so einen ganz komischen, ganz komischen Geschmack. Und wie du auch schon gesagt hast, die süße Note fehlt mir tatsächlich auch komplett. Also das, was im Geruch so richtig schön süß, spritzig rüberkommt, geht hier im Geschmack irgendwie komplett runter. Und auch für mich ist es tatsächlich, ja, nichts Besonderes. Kein Tumbaki Cola-Killer. Trifft nicht ganz so meinen Geschmack, sag ich mal. Kommen wir mal zu einer Geschmacksbewertung. Und ich würde dem Tabak einfach direkt aus dem Bauch raus drei von fünf möglichen Punkten geben. Es ist kein ekliger Geschmack. Man merkt auch, was durch, also was es sein soll. Aber, ja, der Unterschied zum Geruch ist mir einfach zu groß. Und er könnte einfach besser sein. Ich gebe dem Tabak ebenfalls drei von fünf Punkten. Meine Erwartung war einfach höher. Und ich finde, er sticht in Bezug auf andere Cola-Sorten, die wir so getestet haben, bis jetzt nicht besonders raus. Es ist trotzdem ein lecker Cola-Tabak. Deshalb denke ich auch, dass viele andere der Tabak vielleicht hundertprozentig überzeugen wird. Und möglich auf jeden Fall. Genau. Deshalb würden wir der Geschmacksbewertung drei von fünf möglichen Punkten geben. So sieht es aus. Kommen wir mal zur Gesamtbewertung. Und die errechnet sich natürlich wieder aus allen vorangegangenen Bewertungen. Und dann kommen wir hier auf, ja, absolut durchschnittliche 3,75 von fünf möglichen Punkten. Spiegelt es, denke ich, ganz gut wider. Eigentlich ein Tabak, der so in Ordnung ist, aber einfach nicht hundertprozentig unseren persönlichen Geschmack trifft. Ja, definitiv. Genau. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, ob ihr den Fock-Your-Life-Cola-Tabak schon getestet habt. Macht das auf jeden Fall. Und wie eure Meinung dazu ist. Ja, dann bleibt uns nicht viel übrig, außer zu sagen, ist das Däumchen da oben. Wird man nicht loben. Und in diesem Sinne sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein, ciao. Tschüssikowski.